Kapitel 19 Als Tamina am frühen Nachmittag aufwacht, lag Draco schon mehrere Minuten wach da und startete die Decke an. Die junge Hexe gähnte herzhaft und presste sich wohlig an die ihr willkommenen Wärme des männlichen Körpers, ehe sie langsam blinzeln die Augen öffnet und auf Dracos nackte Brust starrte. Für einige Sekunden war sie wie gefesselt. Sein Herzschlag ging regelmäßig und ruhig. Seinen Brustkorb. Danke, danke Hisui. Ich höre nur so Snacks in meinem Saal, in meinem Kopf heran. 10 Euro, bist du bescheuert. Jetzt hast du mir insgesamt 15 Euro gespendet. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall meinen Salat drin. Dankeschön. Wie witzig. Gibt es dazu auch Nachrichten? Kannst du dazu Nachrichten schicken? Tut mir leid. Ah, so ein kleines Dingens. Ich höre es nicht. Hört ihr nicht den Sound? Nein. Weil Support wichtig ist. Ach, wie süß. Laura, ja, wird er. Habe ich gerade eben gesagt. Ähm, danke, Hisui, danke. Ich glaube, du hast gerade grundsätzlich schon mehr gespendet, als irgendjemand in meinem Reading-Book-Channel-Stream gespendet hat. Zusammen, ne? Zusammen. Okay. Ich fange nochmal neu an. Kapitel 19 Als Hermine am frühen Nachmittag aufwacht, lag Draco schon mehrere Minuten wach da und starrte die Decke an. Die junge Hexe gehnte herzhaft und presste sich wohlig an die ihr willkommene Wärme des männlichen Körpers, ehe sie langsam blinzelnd die Augen öffnete und auf Dracos nackte Brust starrte. Für einige Sekunden war sie wie gefesselt, sein Herzschlag ging regelmäßig und ruhig, sein Brustkorb hob und senkte sich konstant und seine Haut war warm und weich. Doch als sie feststellte, dass sie vollkommen nackt war, schoss sie voller Panik nach oben und griff nach der Decke. Sie entblößte seinen Körper noch mehr, als sie sich die Bettdecke um den eigenen Körper wickelte und Draco erschrocken ansah. Was hast du gemacht, Malfoy? zischte sie panisch. Sie kramte in ihren Erinnerungen nach dem gestrigen Abend. Was war geschehen? Sie waren auf der Hochzeit von Astoria und Blaze gewesen, hatten sich amüsiert, Hermine hat den Braustrauß gefangen und dann? Draco schenkte ihr einen kühlen Blick, doch Hermine sah die Ader an seinem Hals zucken, als würde er sich besonders stark zusammenreißen. Jetzt sag mir nicht, du hast einen Blackout, Granger. Seine Stimme wirkte genauso kühl und reserviert wie sein Blick und langsam schob er die restliche Decke von seinen Beinen. Mit einer flüssigen Bewegung stand er auf, doch was Hermine sah, ließ sie ihn noch mehr in Panik verfallen. Gleichzeitig durchschoss sie ein warmer, greller Blitz und sie starrte wie paralysiert auf die Ausbeulung seiner Boxershorts. Du... Doch sie konnte nicht aussprechen, was gerade in ihrem Kopf vorging. Draco bemerkte ihren Blick, ließ sich jedoch Zeit, ihm zu folgen. Als er ebenfalls den Grund ihres Erschreckens betrachtete, zuckte er nur lästig mit den Schultern. Ich bin steif. Und? So wie du dich an mir festgeklammert hast, ist das kein Wunder, sagte er distanziert und ging ins Bad. Hermine nutzte die wenigen Minuten, die sie für sich alleine hatte, um zu versuchen, sich an irgendetwas zu erinnern. Doch vergeblich. Ihr fehlten die kompletten Geschehnisse des gestrigen Abends und dass Draco nur mit Unterwäsche bekleidet neben ihr, die vollkommen nackt war, im Bett gelegen hatte, ließ auch furchtbare Dinge schließen. Nun, zumindest versuchte sie, die Dinge als furchtbar anzusehen. Ein kleiner Teil ihres Gehirns jedoch verkündete, dass es eher furchtbar war, sich nicht mehr daran erinnern zu können. Draco? Verwirrt suchte sie nach ihrer Unterwäsche und zog sie sie hektisch über, als die Badezimmertür auch schon wieder aufgestoßen wurde. Draco stand mit einem Glas Wasser in der Hand da und legte sich gerade eine, wie Hermine vermutete, der Muggeltabletten auf die Zunge, nahm einen großen Schluck Wasser und spülte die Tablette hinunter. Sie versuchte, sich so gut es ging, mit ihren Händen zu bedecken, als sie aus dem Bett krabbelte und langsam auf Draco zuging. Mach dir keine Mühe, Granger. Es gibt nichts, was ich nicht gestern schon in vollster Pracht gesehen hätte. Seine zynischen Worte versetzten Hermine einen Stoß. Was hast du mit mir gemacht? fragte sie in Anklagen und kam auf ihn zu. Ich mit dir gemacht? Denkst du jetzt etwa, ich hätte dir einen Trank gegeben, weil du dich an nichts mehr erinnern kannst? In Dracos Stimme vermischte sich ein Anflug von Wut, als sie sich von der Badezimmertür abstieß und auf sie zuging. Hör mal, Granger! Da unten standen zwanzig Weiber, die scharf auf mich waren. Denkst du ernsthaft, ich bin so blöd, eine nur durchschnittlich hübsche Frau mit einem Trank abzufüllen, wenn ich die Wahl habe zwischen zwanzig richtig heißen Schnitten? Seine Stimme hörte sich jetzt grob und aggressiv an, als er an ihr vorbeiging und nach seiner Jeans suchte. Hermine stand einige Sekunden wie geschlagen da. Nicht die Tatsache, dass anscheinend wirklich etwas zwischen ihnen passiert war, verletzte sie. Vielmehr waren es seine abwertenden und herabblassenden Worte gewesen, die sie nun in einen Schockzustand versetzten. Wie in Zeitlupe drehte sie sich zu dem blonden Eisklotz um, lediglich die Beule in seiner Hose bewies, dass er nicht nur aus Eis bestand. Was ist passiert? Was hast du getan, Draco? fragte sie leise. Doch als Draco die nächsten Worte sagte, wünschte sich Hermine, sie hätte nicht gefragt. Was passiert ist? Ich habe dich geleckt. Du hattest wahrscheinlich den geilsten Orgasmus deines Lebens. Er zischte die Worte förmlich, während er ruckartig seine Jeans anzog und sie zuknöpfte. Wenn ich es mir recht überlege, ist es richtig traurig, dass du dich an nichts erinnern kannst. So einen Orgasmus wirst du nie wieder erleben. Drum gelaufen, Granger. Er griff sich sein Shirt und zog es sich über. Um es für dich richtig peinlich zu machen, du bist eingeschlafen, nachdem du gekommen bist. Ich durfte mir selbst Abhilfe beschaffen und als ob das nicht genug ist, hast du dich im Schlaf an mir festgeklammert, wie an einem Anker. Und ja, genau dort hast du dich festgeklammert. Draco schäumte vor Wut und entrüstet. Alles, was Hermine machen konnte, war, mit hochrotem Kopf erschrocken in sein Gesicht zu starren. Obwohl Hermine sich völlig für ihr Verhalten schämte, erregte sie die Tatsache, dass Draco sie auch gewollt hatte. Und anscheinend wollte er es noch immer. Das schlagkräftige Argument konnte selbst seine Jeans nicht verstecken. Langsam ging sie auf ihn zu, ohne genau zu wissen, was sie tat. Er wirkte ebenfalls skeptisch, denn seine Augenbrauen flogen in die Höhe und er beobachtete jeden ihrer Schritte. Ich, ach, es tut mir leid, murmelte Hermine und streckte eine Hand nach ihm aus. Draco jedoch wich zurück und schüttelte den Kopf. Spar dir deine Mitleidstour, noch einmal mache ich so etwas sicherlich nicht mit. Und mit diesen Worten griff sich Draco seinen Cardigan und verschwand aus dem Zimmer. Hermine war alleine. Alleine mit seinen Worten und den vorgetragenen Geschehnissen des Abends oder besser gesagt der Nacht. Bei dem Gedanken an das, was Draco mit ihr gemacht hatte, wurde sie erneut putterrot. Noch nie in ihrem Leben hatte sie so etwas Intimes mit jemandem gemacht. Selbst während ihrer Beziehung mit Ron war das höchste der Gefühle gewesen, sich gegenseitig zu berühren und... Gut. Hermine wollte diese Gedanken nicht mehr weiterführen. Er reichte die Vorstellung von Draco zwischen ihren Beinen, die sie nicht mehr losließ. Selbst als sie ins Badezimmer gingen, um sich zu duschen, verfolgten sie seine Worte wie ein Haifisch auf Beutejagd. Und Hermine musste sich die Situation immer und immer wieder vorstellen. Hä? Okay. Bist du fertig, Granger? Mit diesen Worten stürmte Draco in das Hotelzimmer und knallte die Tür lauthals hinter sich zu. Hermine stand frisch geduscht und angezogen vor dem Spiegel und bändigte gerade ihre Haare. Ja, gibt es Frühstück? fragte sie instinktiv, denn ihr Magen knurrte. Draco schenkte ihr einen höhnischen Blick, während er sich seine Jacke überzog und sie auffordernd ansah. Frühstück gibt es nicht. Mir ist der Hunger vergangen, Granger. Lass uns nach Hause apparieren. Also war er noch immer beleidigt. Hermine hätte es ahnen müssen, doch insgeheim hatte sie gehofft, er hätte sich etwas beruhigt. Aber sie wollte gerade zum Protest ansetzen, als er eine Hand hob und sie anfunkelte. Nichts aber, wir gehen. Er bellte die Worte fast und Hermine musste sich eingestehen, dass Widerstand zwecklos war. Mit einem ergebenden Seufzen nahm sie sich ihre Jacke und ihre Handtasche und zog beides über. Gut, ich appariere. Sie griff nach seiner Hand und hielt den Hautkontakt nur so lange zu ihm, bis sie auf dem Grundstück des Strandhauses angekommen waren und Sand unter ihren Füßen spürten.